AWFNR 460 mit Caro Kauer heute. Wir haben über Weihnachten geredet. Wir haben sehr live und direkt, wir haben gerade erst aufgenommen und sofort ist sie jetzt schon online. Happy Nikolaus. Frohe Weihnachten wünsche ich auch schon mal. Und wir haben auch über meine letzte Zeit über die wunderbare Tour quer durch Deutschland geredet. Wir haben über Philipp Plein geredet und seine straßbestückte Jacke, die neben mir nach L.A. geflogen ist. Und wir haben über Caros Erinnerungen an die polnische Heimat geredet und wie die immer noch gepflegt werden im wunderschönen Eislingen am 24.12., nämlich mit zwölf Gerichten, die inzwischen in sieben sind, aber glaube ich sehr, sehr viel ist. Ich habe Hunger gekriegt beim nur darüber nachdenken und ich hoffe, ihr da draußen habt viel Spaß mit dieser Folge AWFNR und kommt ein bisschen in die besinnliche Weihnachtszeit vielleicht sogar schon, weil es ist schneller als zweiter Advent ist schon durch. Der dritte steht vor der Tür am Sonntag, der vierte und dann ist ja gleich Weihnachten. Und dementsprechend dachte ich, nehme ich diesen Moment, um euch so ein bisschen einzustimmen auch schon. Und das hat sich auch SG Music gedacht. Das ist der wunderbare Mensch, der dieses großartige Intro gemacht hat. Und er hat von Paula Walks, so nennen wir das, Paula Walks, hat er Christmas Edition gemacht mit einem, ein, zwei kleinen Jingles, damit auch das Intro ein bisschen weihnachtlicher daherkommt. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch viel Spaß mit der heutigen Folge zu wünschen und eine besinnliche Woche. Bis nächsten Dienstag, euer Paul. Guten Morgen, liebe Caro. Guten Morgen, wer weckt mich denn da um 5.30 Uhr? Auf einmal hast du so volle Energie. Gerade eben in den technischen Gesprächen war das noch eine andere Stimmenergie. Technik und ich, wir sind nie so richtig Freunde. Naja, aber immerhin hast du es hingekriegt. Du bist zu Hause, oder? Und hast deinen Rechner und hast dein Mikro angeschlossen gekriegt. Da gab es so manch Menschen, die das nicht hingekriegt haben, wenn ich das mal so festhalten darf. Ganz gemütlich auf den frisch geschmückten Weihnachtsbaum, den habe ich gestern Abend noch geschmückt, als die Kids geschlafen haben. Und das ist richtig gemütliche Stimmung. Kennst du beim TV, wenn man so diesen Ofen anmachen kann, dieses Lagerfeuer, ist richtig gemütlich. Du machst nicht wirklich das Lagerfeuer am Fernsehen. Das machst du nicht wirklich. Machst du es oder machst du es nicht? Also jetzt Hand aufs Herz, machst du das Lagerfeuer an für die Stimmung. Gerade nicht, ich habe nur, grundlegend bereue ich es gerade, dass ich es nicht angemacht habe. Das hat jetzt noch den gewissen Gemütlichkeitstouch hier verliehen. Unsere letzte Folge ist das, ja, vor Christmas. Ja, frohe Weihnachten schon mal, Karo. Carol. Wünscht man das davor schon? Okay. Nee, wahrscheinlich erst an dem Tag, oder? Gut, ein Rutsch dann danach, zwischen den Jahren, es findet dann zwischen den Jahren statt und dann ist alles. Aber jetzt mal, also ich habe es gestern in der Insta-Story gesehen, du hast einen richtigen Weihnachtsbaum. Ist das eine Echt-Tanne oder ist das Plastik? Das ist eine Echt-Tanne. Ich dachte, ach komm, das letzte Mal Weihnachten in dem Haus, weil ich habe gestern erfahren, dass ich nächstes Jahr so April, Mai umziehen darf. In das neue Haus. Und dann dachte ich, kurz dachte ich über eine Plastiktanne nach, aber irgendwie ist das Feeling halt doch schön und es riecht auch anders. Und es ist super weihnachtlich und für die Kinder einfach auch nochmal toll, das jetzt hier so nochmal zu erleben. Und, aber sie ist ein bisschen lang, wenn ich das, also ihr habt was abgeschnitten, oder? Die ist groß. Die sieht so aus, als ob ihr die Spitze abgeschnitten habt, oder so. Nicht nur die Spitze, nicht nur die Spitze. Unten den Baumstamm, weiß man nicht. Die war zu groß. Die war einfach zu groß. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir gestern den Fuß gestoßen und wollte eigentlich selber die Tanne holen mit den Kids. Das hat dann nicht mehr funktioniert und meine Eltern sind losgegangen. Und ich habe einfach nur den Auftrag gegeben, die muss schön groß sein. Und dann ist es einfach ein bisschen zu groß. Weil das passiert ja in den besten Haushalten, dass da quasi die Höhe, aber es ist auch wichtiger, dass sie breit ist, dass sie voll ist, dass sie in eine volle, satte Tanne ist. Und dann gab es verschiedene Probleme mit den Lichtern, habe ich gesehen. Elektrische Lichter, keine Kerzen. In meiner Jugend gab es immer echte Bienenwachskerzen. Also da waren quasi immer, an diesen Zweigen war ein, was wahrscheinlich echt gefährlich ist, so als Brandquelle, oder? Deshalb gibt es das auch nicht mehr, Paul. Ich weiß nicht, ob man das noch machen darf. Nein, das darf man nicht machen. Das ist verboten. Ja, ich gehe davon aus, ja. Wahrscheinlich auch völlig zu Recht. Aber da gab es sozusagen schlicht und, also ihr habt elektrische Lichterketten. Es gab in deinen, ich habe in deinen Insta-Stories gesehen, quasi ein Riesenproblem, dass die nicht gepasst haben. Aber sie haben dann doch gepasst. Jetzt müssen wir das mal aufklären. Okay, das klären wir jetzt auf. Ich hatte irgendwie gefühlt drei verschiedene Lichtfarben. Einmal so ein kühles Weiß, ein warmweiß und so ein roséweiß. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Lichterketten besitze in so vielen verschiedenen Farben. Und dann habe ich mich irgendwann nochmal auf die Suche begeben, als die Kids geschlafen haben, dann in Ruhe, ohne dass jemand schreit, Mama, wir wollen den Baum schmücken. Mama hier, Mama da, Mama essen, Mama unge, Mama pipi, Mama, dann gehen wir schlafen. Und dann habe ich das, ja, doch gefunden letztendlich, sodass alles jetzt zusammenpasst. Dieses Jahr Weiß, Silber, ist ja auch immer so ein Thema. Wie schmückt man seinen Baum? Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Ja, bei uns ist André und meine älteste Tochter polisch grün, ganz normal. Und meines Erachtens, also ich bin sowieso, per se, das Weihnachtsthema ist so, dass ich ein Grinch bin. Also ich mag Weihnachten nicht so besonders. Mir ist das alles auch nicht so wichtig. Und ich habe mich in meiner eigenen Familie früher rausgelabert, indem ich gekocht habe, damit ich den komischen Weihnachtsspaziergang nicht mitmachen muss. Also in der, als ich ein Kind war, als ich ein Jugendlicher war. Und dann kam mein Onkel und meine Oma vorbei und dann gab es da Essen und dann gab es schon auch immer Geschenke. Das fand ich schon ganz gut. Aber wir mussten schon echt immer auch die Weihnachtsgeschichte ertragen. So bestimmt. Erzähl doch mal, Paul. Eine halbe, dreiein Stunde oder sowas. Erzähl doch mal. Es begab sich aber zu der Zeit. Und so ging es dann halt. So war es dann eben weiter. Ich kann, also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht vorbereitet wäre, weil ich ja selbstverständlich mir überlegt habe, wie kriegen wir dieses weihnachtliche Thema irgendwie so hin, dass wir quasi mit, ja, wir ein bisschen was darüber reden können. Aber ich habe zum Beispiel, also wir können eine Geschichte machen. Der kleine Wichtel war schon alt, sehr alt und er hatte schon viele Weihnachten erlebt. Früher, als er noch jung war, ist er oft in der Adventszeit in das Dorf gegangen und überraschte die Menschen mit kleinen Geschenken. Er war lange nicht mehr im Dorf gewesen, aber in diesem Jahr wollte der kleine Wichtel wieder einmal die Menschen besuchen. So machte er sich schließlich auf den Weg, setzte sich vor das große Kaufhaus der nahegelegenen Stadt und beobachtete still und leise das rege Treiben der vorbeieilenden Menschen. Die Menschen suchten Geschenke für ihre Familien und Freunde. Die meisten Menschen kamen gerade von der Arbeit und hetzten eilig durch die Straßen. Die Gedanken des kleinen Wichtels wanderten zurück zu jener Zeit, wo es noch keine elektrischen Weihnachtsbeleuchtungen gab und er überlegte, ob die Menschen damals auch schon mit vollen Tüten durch die Straßen geeilt sind. Nun, die Zeiten ändern sich, dachte nicht nur Bushido, sondern auch der kleine Wichtel und schlich unbemerkt aus der überfüllten Stadt hinaus zu dem alten Dorf, wo er früher immer gerne gewesen ist. Er hatte genug von hetzenden Menschen, die scheinbar keine Zeit hatten. Ist die Adventszeit nicht so eine ruhige, besinnliche Zeit? So kam er an das alte Haus, in dem schon viele Menschen gewohnt hatten. Früher war dieses Haus sein Lieblingshaus gewesen. Früher, als es noch kein elektrisches Licht gab und die Menschen ihr Haus mit Kerzen erleuchteten. Er erinnerte sich, dass sie auch keine Heizung hatten und die Menschen Holz ins Haus schafften, um es warm zu halten. Er sah damals während der Adventszeit immer wieder durch die Fenster und beobachtete jedes Jahr dasselbe. An manchen Abenden sah er die Mutter und Großmutter Plätzchen backen. Der Duft strömte durch das ganze Haus und drang sogar zu ihm nach außen. Der Vater und der Großvater machten sich auf, um im Wald einen Weihnachtsbaum zu schlagen und ihn mühevoll nach Hause zu bringen. Es war kalt und sie freuten sich beim Heimkommen auf den warmen Tee, den die Mutter gekocht hatte. Oftmals saßen die Menschen zusammen, um gemeinsam zu singen und der Großvater erzählte den Kindern spannende Geschichten. Die Kinder konnten es kaum erwarten, bis die Großmutter auf den Speicher stieg, um die Weihnachtskiste zu holen. Denn das tat sie immer erst kurz vor Weihnachten. In dieser Kiste gab es viel zu entdecken. Sterne aus Stroh, Kerzen, Engel mit goldenem Haar und viele andere kostbare Dinge. Aber das war schon lange her und es war eine andere Zeit. Eine Zeit des gemeinsamen Tuns, eine Zeit miteinander, eine Zeit füreinander. Von seinen Gedanken noch ganz benebelt, sah der kleine Wichtel auch heute durch das Fenster des alten Hauses und entdeckte die Familie, wie sie gemeinsam um den Adventskranz saß und der Vater den Kindern eine Geschichte vorlas. Nanu, dachte der kleine Wichtel, eine Familie, die nicht durch die Straßen hetzt? Menschen, die Zeit miteinander verbringen und die ihr Haus mit Kerzen erleuchten. Ja, heute ist eine andere Zeit, aber auch heute finden Menschen wieder füreinander Zeit. Dem kleinen Wichtel und auch mir wurde es ganz warm ums Herz und er schlich leise und unbemerkt dorthin, woher er gekommen war. Schön. Ich habe wirklich ernsthaft eine Minute lang irgendwie gedacht, du sprichst das gerade auswendig. Und irgendwann dachte ich so, vielleicht doch nicht. Ich habe mir Sachen rausgeschrieben und da steht jetzt Gesprächsphase 1 über die Essenz der Geschichte mit Caro sprechen. Auf Zeit und Werte besinnen und nicht auf die Geschenke schlachten. Das können wir jetzt gleich tun. Aber es passte so gut in die Situation. Also früher war es wirklich bei uns so, dass wir auch vorspielen mussten. Und ich habe mein Klavierstück, was ich das Jahr quasi gelernt habe, musste ich dann da vortragen. Mein Bruder ist sehr musikalisch, acht Jahre älter, erheblich musikalischer als ich. Hast du das Foto gesehen, was ich gepostet habe, von meinem Bruder und mir, wo wir uns so sehr ähnlich sehen? Wann hast du das gepostet? Vielleicht jetzt gerade? Ja, um 5.30 Uhr? In Berlin. Nee, am Samstag waren wir dann, am Freitag. Egal, ist nur lustig, weil wir uns, je älter wir werden, immer näher, ähnlicher sehen, sagen wir es mal so. Und der hat dann immer was Gutes vorgetragen. Und aber auch, der hat auch immer verrückte neue Instrumente gelernt. Also zum Beispiel hat er irgendwann einmal gesagt, ich lerne nächstes Jahr Tuba. Und dann hat er uns Weihnachten, weißt du, was die Tuba ist? So ein riesengroßes Blechblasinstrument. Und er hat das wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. Aber er hat gerade so, als Erwachsener, schon mit einem Doktortitel besählt. Also der hatte schon einen Doktortitel und hat fertig studiert. Und hat aber immer noch ein Weihnachtssied auf einer Tuba vorgetragen. Und meine Schwester hat meist Saxophon gespielt. Aber Saxophon war auch echt unerträglich. Also Saxophon vorspielen ist auch richtig scheiße und bringt überhaupt gar keinen guten Vibe da rein. Aber euch hat es Spaß gemacht, oder? Das ist die Hauptsache. Oder nicht so wirklich? War es eine Pflicht? Spaß, ja. War es eine Pflicht? Für mich war es schon echt viel Pflicht, muss ich sagen. Also so für mich persönlich war das jetzt, es war okay. Aber dann, ja, es war schon immer, meine Mutter hat immer einen Weihnachtsrock angezogen. So einen roten, langen Weihnachtsrock, den es einmal im Jahr gab. Und ich fand es auch ein bisschen langweilig. Der 24. war schon immer ein langweiliger Tag, weil alle Freunde keine Zeit mehr hatten, weil alle bei ihren Familien sein mussten. Und man so, also ich bin ein bisschen grinschmäßig. Also bei uns jetzt in der neuen Familie, in der eigenen wirklichen Familie, ist es so, dass meine 16-jährige Tochter, die hat ein hartes Trauma, weil wir haben in Hamburg gewohnt, davor zwölf Jahre. Und in Hamburg wirft man irgendwann den Weihnachtsbaum nach Weihnachten aus dem Fenster auf den Bürgersteig. Dann wird er abgeholt. Das ist so. Ja. Und ich sage mal so, da haben wir sie nicht drauf vorbereitet. Falschen Zeitpunkt, falschen Ort? Sie war da acht oder sieben, nee, nee, gar nicht. Sie war oben und wir haben ihn rausgeworfen und sie dachte, ihr heiß geliebter Weihnachtsbaum wird aus dem Fenster geworfen, der wird ermordet. Und hat sich wirklich, mein Weihnachtsbaum hat sich drangehängt und hat versucht, mit ihrem Leben den Weihnachtsbaum zu retten. Und seitdem hat die wirklich ein Thema beim Weihnachtsbaum. Also selbst dieses Jahr wurde richtig hart, also wann kommt er jetzt endlich, was ist jetzt hier, wo, also das war erheblich wichtiger als alles andere, dass jetzt der Weihnachtsbaum kommt. Verstehe ich auch. So, habe ich, ja, wie ist das bei euch? Wie war das Weihnachtsfest in der Familie Kauer und wie, also ich meine, polnische Roots, wie feiert man da Weihnachten? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Also auf jeden Fall sehr groß. Für mich ist Weihnachten auch super wichtig und wird auch so das schönste familiäre Fest. Ja gut, Entschuldigung. Warum lachst du so? Ja, weil ich es so fertig gemacht habe. Es tut mir leid, ich ziehe alles zurück. So, jetzt soll ich dich ausreden. Erzähl mal, Entschuldigung. Nein, das ist, also es wird in Polen generell sehr, sehr groß gefeiert. Früher sind wir auch immer jedes Jahr zu Weihnachtszeit nach Polen gefahren und ich habe eine riesengroße Familie, also ich habe allein, wenn man es jetzt auf Cousinen und Cousins beschränkt, ich glaube 16 Cousinen, 17 Cousins, weil jeder Gefühl, also meine Mama hat allein acht Geschwister, mein Papa fünf Geschwister und jeder davon dann noch Kinder sozusagen, auch irgendwie so drei, vier, fünf Kinder. Also es sind halt einfach irgendwie alles Großfamilien und dementsprechend war es aber echt immer schön. Also deshalb liebe ich auch den Trubel. Ich liebe es, wenn viel los ist, wenn die Familie sich trifft, wenn wir Zeit miteinander verbringen und das verbinde ich halt bis heute noch mit Weihnachten. Und wir versuchen dann auch die traditionelle Seite so ein bisschen mitzubespielen, weil in Polen macht man das so, dass man zwölf Gerichte an dem Abend isst. Das heißt, meine Mama wird eine Woche vor Weihnachten auf jeden Fall schon mal out of order sein. Die fängt dann nämlich an zu kochen. Ich muss dazu sagen, dass wir jetzt nicht die ganzen zwölf Gerichte mitnehmen. Das hat mit der biblischen Geschichte zu tun, mit zwölf Aposteln und so weiter. Aber wir haben so sieben Gerichte mitgenommen. Also es sind mittlerweile sieben und das reicht auch. Und meine Mama ist dann halt auch so, weil eigentlich isst man dann halt wirklich die Portion recht klein, weil du auch den ganzen Tag nichts isst. Also auch das besagt die Tradition. Du darfst nur Wasser trinken den ganzen Tag. Und abends sitzt du dann am Tisch und musst halt diese zwischen sieben und zwölf Gerichten irgendwie essen. Und dann ist, du kennst das wahrscheinlich selber hier vom Lanzerhof, aber da habe ich noch ein paar Fragen, weil ich es einfach nicht verstehen kann, wie man das durchziehen kann. Auf jeden Fall, ja, ist man dann aber direkt bei meiner Mama schon nach dem ersten Teller satt, weil die macht da immer so Hauptgerichte draus. Also jede sieben Gerichte ist ein Hauptgericht und ich liebe immer ihren Spruch dazu, ich weiß nicht, ob es schmeckt. Immer, immer. Die sagt nicht guten Appetit, die sagt immer, ich weiß nicht, ob es schmeckt. Und ja, und so ist dann, ja, also es schmeckt natürlich immer hervorragend. Meine Mama war in Polen, Köchin und deshalb ist es auch immer super lecker und aber echt viel, sodass wir dann irgendwie schon so ab dem fünften, sechsten Gericht irgendwie so richtig, richtig kämpfen und fast nichts mehr essen. Und irgendwann, dann trinken wir Wein, reden über alte Zeiten, über alles Mögliche, über das Jahr und dann irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, so ab 0 Uhr oder so, wo meine Mama wieder in der Küche steht und alles aufwärmt, weil wir doch wieder Lust haben, irgendwas zu essen. Und das ist irgendwie jedes Jahr das Gleiche. Also es ist aber halt schön und ich freue mich riesig drauf, die besinnliche Zeit irgendwie zu genießen. Also komplett anders als das. Aber wir reden vom 24. Ja, ja, wir reden vom 24. selber gerade, wenn du das erzählst. Genau, wir reden vom 24. Ja. Der unterscheidet sich von den restlichen Tagen, dass man an dem 24. kein Fleisch essen darf. Also da gibt es immer allen voran Karpfen, also Fisch. Karpfen? Mhm. Dann eine rote Beete-Suppe, die ist mega lecker. Dann gibt es Kohlrouladen, es gibt polnischen Salat, das ist so ein Gemüsesalat. Dann gibt es so eine saure Mee-Suppe. Gibt es Wurstsalat? Nee, einfach kein Fleisch. Das war eine dumme Frage. Nein, ich habe gestern mit meiner Mama drüber geredet und habe gesagt, dass ich um 5.30 Uhr einen Podcast aufnehmen muss und so ein bisschen auch über die Gerichte auf jeden Fall erzählen will, weil das ist das, was unser Weihnachten so ein bisschen ausmacht. Und dann hat die mir angefangen, die Gerichte gefühlt, jedes einzelne, wirklich in die komplette Zutatenliste. Ich so, Mama, das reicht, wenn ich da einfach nur über die Gerichte spreche, war sie richtig beleidigt. Und, ah, die Gute, ich so, schmeckt nicht, oder? Meine Mama. Nein, auf jeden Fall ist Weihnachten dann sehr, sehr groß und ich liebe sie. Genau, und dann ist eigentlich ein Spann. Wie viele Leute sind da? Weil du vorhin von so vielen Cousins, also wie viel, erstens ist es bei euch zu Hause oder ist es bei deinen Eltern zu Hause? Also dieses Mal zum ersten Mal bei mir daheim, weil es ja sozusagen das letzte, mein letztes Weihnachten in dem Haus ist und deshalb machen wir das bei mir. Ansonsten kommen, also meine ganze Familie lebt ja noch in Polen, das heißt, also bis auf meine Eltern und meinen Bruder mit seiner Frau und Kind, die sind da, das heißt, wir sind zu acht. Okay. Also nicht so groß wie damals, genau, aber trotzdem füllst du den Tisch. Und fahrt ihr dann noch nach Polen? Also geht ihr danach dann am 25. oder so? Oder wie geht's weiter? Was macht ihr am 25.? Weil wir sind immer nach Speyer dann. Am 25. sind wir immer nach Speyer, da war meine Oma und mein Onkel, dann haben wir in Speyer gefeiert und dann sind wir am 26. zu meinem anderen Onkel, der hat eine schwedische Frau und da gab es Butter-Torte mit eingelegten Fisch. Schwedische Weihnachten sozusagen. Also ich kann, ja, wie geht's bei euch weiter, 25, 26? Also dieses Jahr ganz entspannt. Ich teile das ja auch mit meinem Ex-Mann so ein bisschen auf, mit den Kids und da teilen wir uns die Weihnachtsfeiertage so ein bisschen auf. Und ansonsten habe ich mir trotzdem überlegt, kurz nach Weihnachten vielleicht nach Polen zu fahren mit den Kids, einfach nochmal, um alle zu sehen. Aber es ist halt auch nicht mehr so das, was es mal früher war. Jeder führt so sein eigenes Leben, keiner hat mehr so richtig Zeit, alles ist so. Auch da so schnell lebe ich, aber trotzdem versuche ich da immer in regelmäßigen Abständen hinzufahren, vor allem zu meiner Oma, die man natürlich da auch nicht weiß, wie lange es sie noch gibt. Und ja, und ich muss auch sagen, dass sie auch nicht so in den besten Verhältnissen lebt. Und da will ich, gucke mir das dann immer an und versuche da irgendwie auch zu unterstützen. Letztens, also die hat da wirklich noch so einen Ofen gehabt, wo man auch gar nichts mehr drauf kochen kann, also wirklich noch unten mit Feuer beheizt und so. Und da haben wir das auch, also da war ich mal vor Ort und habe dann die Handwerker so ein bisschen zusammengetrommelt und habe da eine neue Küche reinbauen lassen. Ist jetzt nicht die allergeilste Küche, aber es ist auf jeden Fall, es erfüllt den Zweck. Und die war so glücklich. Und das Nächste, was ich da so ein bisschen, wo ich so ein bisschen unterstützen möchte, ist, meine Mama war nämlich dieses Jahr in Polen und hat halt gesagt, dass sie, dadurch, dass sie halt nicht mehr so gut zu Fuß ist, haben die einfach die Badewanne, also diese Steinbadewanne, in der Mitte quasi rausgebrochen, sodass sie einen Zugang zur Badewanne hat. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ich ertrage das nicht. Und das nächste Mal, wenn ich dann vor Ort bin, versuche ich da irgendwie zu unterstützen und zu gucken, dass wir das Bad irgendwie erneuern, sodass es halt für sie einfach passt. Ja, die wohnen noch so auf so einem alten Bauernhof, wie früher halt einfach. Wo genau ist das? In Tarnau, das ist nochmal so eine Stunde oder zwei Stunden weg von Krakau. Sehr dörflich. Oh, das ist schon weit. Da fährst du schon? Ja, da gibt es einfach nichts. Also da gibt es auch der Kiosk, den es früher noch gab, als ich Kind war. Selbst der ist nicht mehr da. Also da ist wirklich nichts. Da ist nur noch Land. Und meine Oma arbeitet bis heute noch so, also versucht zumindest ihre Himbeeren zu ernten im Sommer, um da irgendwie ein bisschen Geld zu machen. Also es ist schon irgendwie krass, wenn ich dann halt das alles so mit hier vergleiche. Ich habe schon so oft gesagt, die soll herziehen, die soll kommen und so. Aber das will sie natürlich auch nicht, weil da ihre Wurzeln sind. Und sie kennt es ja auch nicht anders. Und für sie ist das wahrscheinlich auch gar nicht so tragisch. Aber ja, ich bin da auf jeden Fall immer dran, und versuche da ein paar Sachen auch zu regeln. Deshalb will ich auf jeden Fall da auch hinfahren. Und ob das jetzt nach der Weihnachtszeit ist, weil ich habe jetzt auch eine Woche quasi frei nach, gerade zwischen Weihnachten und Silvester und nach Silvester vielleicht auch noch. Vielleicht ergibt es sich da irgendwie, dass ich da hinfahre. Ist es denn bei dir auch so, dass es, also jetzt die letzten drei Wochen waren bei mir schon heavy, so in der Intensität von dem, was ich so tue, sagen wir es mal so. Also ist es bei dir auch so, dass November, Dezember eigentlich die Hauptgeschäftszeit auch ist, sowohl mit Klamotten als auch mit dem Influencen, als auch mit irgendwie Sachen auf den Weg bringen für nächstes Jahr, Café, K-Jahr, jeden Donnerstag. Sag mal, wie viele Leute sind da inzwischen? Das sieht aus wie ein Club. Habt ihr jetzt tausend Leute da jeden Donnerstag, die ein Eis legen, Turn-Up zu Little Mr. X machen oder was? Ja, genau. Ein bester DJ? Nein, also 240 sind es ungefähr. Und der DJ ist wirklich der Hammer. Passen die da rein? Ja, die passen auf jeden Fall rein und es ist aber wirklich Clubstimmung. Und man muss aber schon sagen, dass jeder über diesen DJ wirklich, also die schwärmen alle, weil der einfach gute Musik macht und das passt auch und das will irgendwie gefühlt auch keiner gehen. Und deshalb geht es auch immer recht lange. Wir haben ja so ein bisschen Open End. und ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das so die ersten Donnerstage so ein bisschen mitzumachen, weil das ja auch irgendwo, ja, so mit meine Idee war. Am Anfang hat es ja nicht so richtig funktioniert. Also die ersten ein, zwei Male, das war okay. Da waren irgendwie 20 Leute da. Das war aber ohne DJ. Und dann kam Halloween. Und dann habe ich so ein paar Aktionen dazu gemacht, wo man Bingo gespielt hat. Das war dann richtig cool. Und ab da gab es dann auch den DJ Mr. X und seit da funktioniert es. Ich glaube, es liegt an ihm. Ich glaube wirklich, es liegt an ihm. Vielleicht aber auch an dir. Du hast immer eine Flasche Wein in allen Fotos, die ich sehe auf Instagram. Du füllst die Leute schon auch ein bisschen ab. Da gibst du zu. Ja, das ist mein Job, ja. Ich hoffe, das war jetzt keine Frage. Das war eine feste. Aber also die Zeit ist schon doll jetzt, oder? Also ist es dann so, dass du, also sehnst du, ich höre zwischen den Zeilen schon, dass du denkst so, ich freue mich auf den 24. Da ist nämlich mein Handy aus. Da ist so, jetzt kann man einmal durchatmen. Also so, wir haben jetzt Anfang Dezember. Hast ja noch drei Wochen vor dir. Ist es gerade doll bei dir? Ja, absolut. Also ich hatte jetzt am Samstag unser letztes Event sozusagen. Es war ein Charity-Event. Und da war dann abends schon so gut. Oh, sind die Hefte angekommen? Die Hefte sind angekommen, die Kochhefte. Ja, die sind auch in den Goodie-Bags drin gewesen. Richtig cool. Vielen Dank an dieser Stelle. Was mir nicht ganz klar war, für welche Charity war das überhaupt? Weil ich habe versucht, mich einzulesen, aber ich habe es nicht so richtig, also erklär mir das bitte einmal nochmal. Also die Charity-Aktion lief komplett unter dem Stern Stelb, Stuttgart Helps heißt das, abgekürzt. Und der Gründer Serkan, der war auch an dem Tag da, der hat das, ich meine, 2015 gegründet. Und ist quasi eine Hilfsorganisation, die Dinge anders macht, gefühlt als andere. Und vor allem, dass er einfach in diese Kriegsgebiete fährt. Er ist vor Ort. Ich finde das unfassbar krass. Also er hat mittlerweile wirklich ein riesengroßes Team. Und trotzdem, wenn solche Geschichten wie mit der Ukraine losgehen, dann wirklich er zögert nicht, packt alle seine sieben Sachen, packt am besten noch Care-Pakete ein und fährt in die Ukraine, wo, also ich weiß noch, er hat die Geschichte erzählt, wie er da an der Grenze, die hat nämlich Angst, dass sie gar nicht reinkommen. Und es hatte aber in der Ukraine keiner damit gerechnet, dass irgendjemand in dieses Land rein möchte. Und dann sieht man, da war eine Reporterin damals dabei, die hat das so ein bisschen mitgefilmt. Und da sieht man einfach diese kilometerlangen Schlangen an Menschen, die einfach aus diesem Land raus wollen, die auch teilweise einfach auf frohren sind, weil es so kalt war. Und er war einfach vor Ort. Und so ist das mit ganz vielen Themen. Die sind mittlerweile auf vier Kontinenten unterwegs, jetzt aktuell ganz akut eben in der Ukraine. Und helfen da. Und ich finde das sehr, ich finde, also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals selbstloseren Menschen kennengelernt als eben diesen Zerkan. Seine Frau sitzt jedes Mal da. Er fährt jetzt auch am 18. in die Ukraine mit unseren Weihnachtspaketen. Wir hatten so eine kleine Wunschbaumaktion, wo man die Wünsche der Kinder erfüllen konnte. Und die packt man ein, die bringt man zu uns in den Store bis zum 14. und am 18. fährt er los und bringt diese Pakete selber in die Ukraine. Und dann habe ich auch gesagt, das ist, hä? Und vor allem ich, ne? Ich so, hä, und was ist mit Weihnachten? Weißt du das nicht mit deiner Frau? Und schaffst du das überhaupt zeitlich? Und dann sagt er so, nee, also er weiß es nicht. Das ist so eine 50-50-Chance. Kann auch sein, dass er eben Weihnachten an der Grenze verbringt. Und solche ganzen Geschichten, ich habe einfach das Gefühl, dass man, wenn man dorthin spendet, man weiß ganz genau, wo es hinkommt. Die haben eher Partnerprogramme, wo man eben als Unternehmer zum Beispiel, Unternehmerin, kann man da Geld hinschicken, sodass quasi das ganze Konstrukt bezahlt wird. Wenn ich aber eine Spende abgebe, dann bleibt das auch eine Spende. Verstehst du, was ich meine? Also es wird jetzt nicht das Konstrukt damit bezahlt, dass jetzt die ganzen Mitarbeiter irgendwie ihre Gehälter bekommen. Und das finde ich richtig cool. Also es ist super transparent und die versuchen, und da sind die gar nicht, also die versuchen einfach über Events und über schöne Dinge Spenden einzusammeln. Also die laufen jetzt nicht durch die Stadt und sammeln irgendwie Spenden, sondern versuchen, wie letztens auch vor ungefähr vier Wochen haben sie eine Spendengala organisiert, wirklich für null Euro. Ach, das war auch von denen. Genau, das war auch Step. Krass. Und die haben einfach für null Euro ein Event auf die Beine gestellt, das mindestens, mindestens 100.000 Euro gekostet hätte. Ich meine, da waren die Awesome Star. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitverfolgt hast. Das war schon super krass gemacht alles. Da war eine Auktion und und und. Also toll gemacht. Und man hat einfach, also die machen so das Spenden so ein bisschen schöner, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich feiere die komplett. Also ich bin auch schon am überlegen, wie ich die kommendes Jahr noch mehr unterstützen kann, wie ich da auch in dieses Partnerprogramm reinkomme, weil ich die einfach toll finde und so real einfach. Die würdest du auch mögen, das ganze Team. Die sind echt cool. Das ist super, weil also ich höre mit offenen Augen, weil ich gerade so ein bisschen auf der Suche bin nach weiteren Organisationen, die ich unterstützen kann. Und die, wir machen ja immer mal wieder so, keine Ahnung, wir haben jetzt Poster verkauft mit Valtteri zum Beispiel und haben letztes Jahr los vor Lesbos da sehr intensiv, habe ich unterstützt. Und aber für dieses Jahr habe ich mich noch nicht so richtig entschieden und ich suche immer in den ersten zwei, drei Dezemberwochen was, was ich dieses Weihnachten mache. Leider ist es ja so, dass es steuerlich ein bisschen begrenzt ist. Deswegen mache ich das dann privat immer andersrum. Also als Unternehmen kannst du ja gar nicht so viel spenden, dass das irgendwie wirklich sinnvoll ist und deswegen muss man da ein bisschen umdrehen. Weißt du, wie viel jetzt am Samstag ihr habt quasi, da konnte man für die Tüte Geld abgeben oder wie war das am Samstag bei euch? Genau, also es gab nichts umsonst außer den Glühwein, aber da gab es dann so eine kleine Spendenbox, da konnte man dann nachhermessen einfach ein bisschen was reinwerfen. Wir haben noch keine Zahl. Also das Ding war ja auch noch, dass ich Samstag im Café Spenden Drinks gemacht hatte, auch mit einem Kooperationspartner, das war mega cool. Auch unser regionaler Getränkelieferant, der hat auch gesagt, ey Caro, das geht auf uns und so, wir wollen das unterstützen. Also es war, das ist so krass, wie auf einmal alle auf diesen Zug mit aufspringen, ohne dass sie sagen, erwähne mich doch mal in der Story. Ich mache das natürlich voll gerne, weil ich das einfach ultra schätze, aber es wäre auch nicht selbstverständlich gewesen und da sind ganz viele auf den Zug mit aufgesprungen. Und genau, diese Kasse, die es dort gab, ich bin nämlich noch rüber, da gab es ein Event im Kesselhaus, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber auf jeden Fall, da war ich dann auch nochmal von 23 bis 0 Uhr und habe Spendenshots verteilt. Ja, trinken für einen guten Zweck und diese Kasse, diese Kasse haben wir noch nicht gezählt, aber es war ganz gut, glaube ich. Und ja, das Problem war am Anfang, dass jeder immer gesagt hat, ja, ja, trinken wir aber nur, wenn du mittrinkst. Und ich habe verpasst und ich wusste, dass das passiert und ich habe verpasst, mir in diese Shots Wasser einfach einzufüllen, so Trick 17, aber ich habe dann irgendwann nur die Hälfte getrunken, das haben die eh nicht mehr gecheckt und es war aber alles okay, es war alles gediegen, ich bin nicht abgestürzt, aber es war auf jeden Fall ein bisschen was in die Kasse gekommen. Wie viel es unterm Strich ist, das kann ich dir noch nicht sagen, aber werde ich wahrscheinlich die Tage dann in meiner Insta-Story machen. Aber sind es denn 50, 500, 5000 oder 500.000 oder 5 Millionen? Also so, es ist schon ein bisschen Geld zusammengekommen jetzt am Samstag, oder? Auf jeden Fall. Wir haben auch eine Kollektion für diese Charity-Aktion entworfen, also ein T-Shirt und Socken, wo der komplette Umsatz, also zu 100 Prozent auch an Stelb geht. Und deshalb, ich kann es dir einfach gerade noch nicht sagen, ich kann dir aber auf jeden Fall sagen, dass ich die Summe, die da zustande kommt, die ich dann jetzt die Tage öffentlich mache, auf jeden Fall aufrunden werde, weil ich einfach finde, es gab so viele Partner, die sich da auch mit angeschlossen haben und das ist einfach so ein Herzensprojekt von mir und ich liebe einfach Stelb und ich habe einfach so das Bedürfnis, da jetzt noch mehr zu machen. Ich wollte sogar ein NFT machen dafür, aber das springt jetzt den Rahmen. Das hat nicht funktioniert. Also nicht so schnell, nicht auf die Schnelle. Weißt du, meine Ideen immer so, ey, ich brauche in zwei Wochen NFT. Und alle so, ja, genau. Hättest du mich angerufen? Ich hätte gesagt, naja. Ist denn die App fertig? Ach, egal. Also da können wir... Dich erreiche ich ja nie. Du bist immer auf dem Lanzerhof, bist irgendwie auf irgendwelchen Trinktouren unterwegs. Was ist da los? Lanzerhof, du hast... Du siehst ganz anders aus. Ich habe dich in der Story, die du nach dem Lanzerhof gemacht hast, einfach nicht mehr erkannt. War es der Bart? Ist der einfach nur der Bart weg, oder...? Ja, es ist nur der Bart. Es ist nur der Bart, der da war. Nee, ich habe... Es war eine gute Zeit. Also so, ich bin da rausgekommen. Ich war... Ich habe acht Tage nichts gegessen. Null, 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 sagt man dann dazu. Das kann man ja schon auch. Acht Tage kannst du doch nicht. Doch, klar. Es ist überhaupt gar kein Problem. Erst recht, also letztes Jahr, ich habe das schon mal gemacht letztes Jahr und da war es härter, weil ich nicht wusste, was passiert. Jetzt wusste ich total, was so der Ablauf des Ganzen ist und zwar überhaupt wirklich kein großes Willending, weil man einfach durchgepowert hat und ich wusste, dass ja am Ende was kommt. Also es ist ein bisschen, das einzig wirkliche Problem ist so der Appetit am zweiten oder dritten Tag, weil da auf Insta... Mein Feed ist halt sehr viel kochen, weil ich gerade sehr im Kochthema mit Rip Kitchen und so drin bin und da habe ich sehr viele, sehr schöne Sachen gesehen. Das ist Folter. Das ist wirklich Folter. Solange man es aber nicht riecht, geht es ganz gut. Also wenn man es nur sieht, geht es so halbwegs. Ich bin dann einmal, weil ich eine Nagelschere mir gekauft habe, im Supermarkt an einem wohlriechenden Bäcker vorbeigegangen und das war massivste Qual. Also das war wirklich... Und du bist einfach dran vorbeigegangen? Das war hart. Du bist einfach dran vorbeigegangen? Natürlich. Oder erzählst du es jetzt einfach nicht? Ich würde es dir sagen. Oh, guck mal, so ein Schinken-Käse-Croissant. Auf keinen Fall. So hausarbeit. Also ich war da, da zu cheaten macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Also dann braucht man da nicht hingehen, wenn die ganze... Und es wird ja schon auch alles gemessen. Also du hast ja so viele Messwerte, die... Ich habe ein Riesenproblem übrigens, wenn ich kurz in der Story springen darf. Meine Whoop-Daten, ja. Ich tracke ja mein komplettes Leben und alles ist wunderbar. Und es hat jetzt einen harten, einen wirklich ganz, ganz, ganz harten, eine fast schon Niederlage erlitten, weil ich fünf Tage in Folge auf dieser Tour war mit Siegfried. Also da waren wir in einem Bus und wir waren ja wirklich in diesem Bus, den du vielleicht gesehen hast, ein Nightliner, wo Bands mit Touren. Und da haben wir drinnen geschlafen. Da sind die Betten drin. Um null Uhr stand immer dieser Bus vor der Bar und dann haben wir noch einmal zugeprostet und haben gesagt, das ist toll und sind dann in den Bus gefallen und haben uns da hingelegt. Da der Bus sich bewegt, erkennt das Armband nicht den Schlaf. Meine Daten, ich bin als ob ich, als ob mein Leben dein Leben wäre, vier Tage wach, ohne eine Minute zu schlafen. Ich bin, ich bin, also mein Band sagt, ich bin eigentlich klinisch tot. Das kann gar nicht sein, was ich da mache, weil es die ganze Zeit so vor sich hin ruckelt und weil ein bisschen Bewegung ist. Noch schlimmer, er sagt, zwischendrin haben die sogenannte Lenkpausen, wo sie eine Dreiviertelstunde, exakt 45 Minuten müssen die halt zwischendrin stehen, weil sie eine Pause machen müssen, die Busfahrer. Also da gibt es zwei Fahrer davon und die wechseln sich ab und einer schläft immer und der andere fährt. Und dann müssen die aber trotzdem immer noch Pausen einhalten, selbstverständlich. Und genau die werden im Schlaf erkannt. Also ich habe dann immer so 45 Minuten auf. Die Sekunde genau hatte ich so ein Nap, hat er dann angezeigt, dass ich Mittagsschläfchen quasi mache. Und meine kompletten Daten sind sehr, sehr verwirrt. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt wieder hier halbwegs gerade, aber das war auf jeden Fall ein Problem. Also es wäre schon interessant, das finde ich mal bei mir zu testen, was da passiert. Also spätestens da funktioniert das System auch nicht mehr wahrscheinlich. Vielleicht schenke ich sie zu Weihnachten. Ja, genau. Donnerstags machst du es immer aus. Wenn Kaja ist, da lässt du es zufällig zu Hause, wenn es nicht zum Outfit passt. Ja, genau. Sorry, hat nicht gepasst. Es könnte passieren. Also Lanzerhof war ein absoluter Erfolg, weil du halt, also körperlich eine absolute Eins plus, weil du auch einmal durchgemessen wirst. Dadurch, dass ich in Amerika wohne, hier kostet ja jeder Arztbesuch erstmal 2000 Dollar. Deswegen habe ich irgendwann, also hier gibt es ja nicht so ein richtiges System wie bei uns in Deutschland. Also es gibt schon so Hype, aber dann nicht so und alles so ein bisschen schwierig. Deswegen mache ich alle meine Arztbesuche in dieser Woche von Hautarzt über der Allgemeinarzt. Das ist ein sensationeller, vertrauenswürdiger Allgemeinarzt, mit dem man halt dann einmal alles checkt und ein großes Blutbild macht. Und was wirklich total abgefahren ist, sind die Vergleichswerte. Also ich habe ja jetzt genau innerhalb von zwölf Monaten, also ich war genau vor einem Jahr da und ich habe halt zum Beispiel 19,7 Kilogramm Fett abgenommen. Das sind 80 Packen Butter, also wenn man sich das mal vorstellen will. Das ist schon krass, dass das weg ist. Ich habe in Summe 30 Kilo abgenommen, mein Bluthochdruck ist weg, alle Cholesterinwerte sind sensationell, alle Herzinfarktrisiken sind runtergegangen. Ich habe zehn Jahre Lebenserwartung gewonnen, laut meinem Arzt, das durch Lebensführung, also durch das ganz klar sichtbar ist. Und da muss ich sagen, für mich war das natürlich schon auch eine Belohnung für den Lebenswandel, den ich ja dieses Jahr schon vollzogen habe. Nicht nur in der Bewegung, sondern auch in der Ernährung. Und das zu sehen und da klar zu sehen, dass es natürlich sich lohnt, mal ein bisschen drauf zu achten und ein bisschen zu schauen, dass man das anders macht, war natürlich auch eine geile Situation. Ich persönlich war so ein bisschen, ich hatte ja eigentlich schon vor, da auch ein bisschen runterzukommen und da einmal eine Woche ganz sich einzuschließen. Und die Stresswerte waren in der Woche leider sehr, sehr hoch, weil ich Stress hatte. Allerdings ist es aber halt so, dass die körperliche Seite des Ganzen, und da habe ich aber auch zwei, drei Fehler gemacht, glaube ich. Ich war laufen immer noch, was ich glaube ich nicht hätte machen sollen. Wenn man fastet, sollte man gerade die körperliche Belastung sehr minimieren, also mehr saunieren vielleicht und ins Spa gehen. Ich dachte, das war ein Programmpunkt, dass du laufen musst. Nee, das habe ich selbst mir auferlegt, diesen Programmpunkt. Ey, aber sonst war das schon, es war eine geile Woche und ich werde es nächstes Jahr wieder machen und zwar für mich wieder. Also ich war auch kurzfristig zum ersten Mal, aber das ist ja Cheaten. Also für mich will ich jetzt im Dezember erreichen, dass ich wirklich unter 100 Kilo komme und zwar drei Tage in Folge auf meiner eigenen Waage. Das habe ich jetzt hier noch nicht, ich bin jetzt gerade erst, ich komme aus dem Flugzeug mehr oder weniger, ich bin gerade erst gelandet vorhin und saß übrigens neben Philipp Plein im Flugzeug. Kennst du Philipp Plein wahrscheinlich, ne? Ja klar, natürlich. So ein freaky, so ein freaky Mode. Ja, der ist fett, ey. Der sieht, also der, ja, absolut. Und sehr, sehr nett. Ein sehr, sehr, sehr netter. Wie alt ist er denn? 44 oder so, ich habe es mal nachgeschaut. Aber er sieht ultra, also er macht Sport. War er auch im Lanzerhof? So ein ärmelloses, nee, 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 nee. Ich glaube, der war bei Jürgen Höller. Kennst du Jürgen Höller? Nein, das war ich. Der ist, ja, ist ein Motivationscoach. Muss ich mal, gibt es eine lustige, lustige Doku, die fängt mit ihm an, wie er so sich selbst motiviert morgens. Das gucke ich mir immer mal wieder an. Das ist eine sehr lustige NDR-Doku über Jürgen Höller. Das ist eine absurde Welt. Aus Schweinsfurt kommt er. Aus dem Frankenland kommt er. Ein ganz erfolgreicher Coach ist er. Also auf jeden Fall hat der, da war Philipp Plein, glaube ich, und zumindest sagt das Internet das, und jetzt ist er in L.A. und macht da verschiedene Sachen und hat natürlich auch eine Jacke, wo in Straßstein sehr, sehr groß Plein hinten draufsteht. Und da muss ich aber die Klappe halten mit meinen Paris-Sachen, anders ist er auch nicht. Aber er war sehr, 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 sehr nett. Aber es war auch krass wie so alter Schwede. Also so bestimmt fünf Stewardessen, die Fotos mit ihm machen wollten. Dann drei Leute, die ihm Sachen gepitcht haben. Der Manager von Guns N' Roses saß vorne links. Der kam dann, ob nicht Guns N' Roses mal auf der Philipp Plein Show spielen könnte und so weiter. Und also so ganz viele, es war auf jeden Fall lustig, wie so verschiedene Leute versucht haben, ihm eine Idee zu pitchen quasi auf eine Art. Haben sie dich nicht gefragt? Nee, ich habe kein Foto gemacht. Nein, überhaupt nicht. Oder irgendeine Show, so eine Fashion-Show oder so. Ist auch cool. Und ganz im Roses spielt. Ich sah aber auch wirklich jetzt endgültig aus wie der letzte Penner. Insofern, mich fragt da gar niemand was. Ich darf so nicht mal. Die Elevator Boys müssen, glaube ich. Ich habe jetzt überlegt, ob wir die Escalator Girls machen. Dass man quasi ein Kontrastprogramm dazu macht. Wem haben wir das denn überlegt? Habe ich vergessen. Egal. Also zurück zum Thema. Mir ist was passiert. Ich habe ja das große Glück, in diesem Flugzeug schlafen zu können. In einem Bett. Der Sitz lässt sich zu einem Bett umbauen. Und dann schlafe ich auch immer. Das ist Teil dessen, warum mein Jetlag sehr easy ist immer. Es gibt ja immer so drei Regeln. Man darf nichts essen. Ja, sei jetzt ruhig. Man stellt ihn direkt um. Ja, ich weiß. Ich weiß. Danke sehr. Ich halte mich da dran, im Gegensatz zu dir. Deswegen habe ich keinen Jetlag. Also, verarsch mich ruhig. Aber ich nehme immer dann auch ein bisschen Melatonin und schlafe dann. Und dann schlafe ich auch wirklich durch. Und ich bin aber diesmal, ich schwöre dir, ich lag auf dem Rücken. Ganz normal, gerade mein Körper nach oben. Auf einmal umfasst jemand meinen Unterschenkel. Ganz fest. Und hält sich daran fest sozusagen. Ich so, was ist denn jetzt los? Wach davon auf. Und in der nächsten... Philipp, bist du? Bist du, Philipp? Braucht Strasssteine? Hast du einen verloren? Sitz ist, da hat er sich im Sitz verstanden. Gibt's eine neue Modenschau? Nein. Und das Nächste, ich wache davon so auf und denke, was ist denn jetzt los? Und das Nächste, was passiert ist, jemand legt sich auf mich und zwar auf meine Hüfte und lehnt sich so zurück. Ich schrecke natürlich auf und er schreckt wieder hoch. Ach du Hörger. Und ich so, ah, was ist denn hier los? Und er so, oh Gott, oh Gott, Entschuldigung, Entschuldigung. Dann hat er sich im Sitz vertan. Also es war wirklich Philipp? Es war wirklich Philipp? Nein, es war nicht Philipp, es war jemand anders, ein anderer Gast. Aber er hat sich im Sitz vertan und dachte halt, dass mein Unterschenkel wie so eine Art Geländer ist, an dem er sich festhalten kann. Ist ja jetzt auch so tür. Also gemütlich Löffelchen-Style auf mich draufgelegt, quasi, nur hat er das Bett gelebt auf einmal und ich habe, alter Schwede, da war ich aber wach, ey. Da war auf jeden Fall, ich habe so einen Schock bekommen und wusste wirklich überhaupt gar nicht, auch damit, es war ihm natürlich hölle unangenehm und als ich dann wach war, hat er sich noch zehnmal entschuldigt, dass ihm das so leid tut, aber es ist halt auch saudunkel dann und wenn man dann irgendwie nicht so richtig checkt, welche, wer da jetzt Wasser immer macht, war auf jeden Fall lustig. Also, aber grundlegend, also es war alles sehr, sehr schön und ich hatte auch, also auch die Tour, ich habe ja erst Detox gemacht, acht Tage und dann fünf Tage Retox zu machen. Wie kann das sein? Also in meinem Universum, wenn ich Detox machen würde, da ist doch, danach muss man doch immer so ganz langsam anfangen, ne, mit Essen und am besten auch kein Alkohol und so weiter und du hast mir einfach schon direkt am ersten, warte, du hast mir direkt am ersten Tag gesagt, also erstmal hole ich mir eine Butterbrezel und du hast mir ein Bild geschickt von einem Schinkenkäse-Krosser. Das habe ich aber nicht gegessen, das war ein Witz. Ich fotografiere das jetzt immer, um mir klarzumachen, ich werde es nicht tun. Ich sage nein zu belegten Brötchen, ich sage nein, ich sage nein zu Shell-Tankstellen, Laugenstellen, boah, da hätte ich jetzt Bock drauf. Das habe ich nicht getan, ich habe halbwegs vernünftig und langsam, ich habe eine Suppe gegessen in Hamburg mit meinem Freund Olaf, bin ich spazieren gegangen durch Hamburg und waren in einer geilen Apotheke und haben verschiedene Sachen gekauft, weil ich ja schon sehr, also um mich herum waren sehr viele Covid-Fälle dann, also so im Umfeld und in Deutschland, so in meiner nicht absoluten Wahrnehmung und dann hatte ich schon langsam Schiss, dass ich jetzt fünf Tage in Folge mich in Bars begebe mit jeweils 100 Leuten und ja mit jedem da so ein bisschen Räder, die ganze Idee dahinter und das ist auch aufgegangen, es war echt cool, da war immer so, ich bin so von Tisch zu Tisch gegangen und habe mit allen immer gewürfelt um eine Runde Drinks und habe dann immer quasi, Caro, jetzt kannst du mal mit deiner Ironie aufhören, das war die Idee des Zuckerladens von Heidelberg und die habe ich ein bisschen umgebaut und dann hast du sie dir schamlos geklaut für die Caro Cowabert und damit kann ich überleben und das finde ich auch okay, dass das so ist, aber das kann man auch in der Bar anwenden und ich sage es wie es ist, ich würfel immer so lang, bis jemand dann, also ich habe fast alle Runden bezahlt und habe immer eine Runde quasi Leute eingeladen und das war aber tatsächlich geil, weil normalerweise, also du lernst ja auch viele Leute kennen und normalerweise redet man aber maximal zwei Minuten mit denen, macht vielleicht ein Foto und ist dann irgendwie, weiß ungefähr, wo die herkommen. Dieses Mal war es halt jedes Mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten und ich habe so richtig krass viel gelernt über die Leute teilweise, wir haben, ich habe auch alle immer gefragt, woher sie mich kennen und was sie so haben, da hatten Leute, jeden Abend war da einer, der mindestens, also am ersten Abend hatte jemand 52 Hoodies von mir, am zweiten Abend hatte jemand 68 Hoodies von mir. Zählen die da? Und am dritten Abend hatte jemand, ich habe das dann als Gag gefragt, hast du ein Hoodie von mir und dann haben sie gesagt, ja, fast alle und dann habe ich gesagt, ich kann ja die Shopify-App rausholen und dann kann ich ja schauen, kann ein kurzes Kundengespräch führen und dann habe ich geschaut, wie viele die bestellt haben. Ich wusste bis dahin nicht, dass ich 68 unterschiedliche Hoodies hergestellt habe, so ehrlich muss ich sein. Ich wusste nicht, dass es das gibt von mir, aber das war wirklich geil, diese Gespräche zu führen und es hat total Bock gebracht und ich war auch, und das muss ich auch sagen, ganz schön vernünftig, weil ich eben nicht dann, ich habe Wunderleaf getrunken, die unalkoholische Variante und mit einem Wunderleaf Tonic und so weiter und das war total geil, weil ich halt A, noch reden konnte, aber ich habe auch vier Stunden, ich weiß nicht, ob du meine Stimme so ein bisschen merkst, die ist ja schon irgendwie im Eimer, weil ich vier Stunden durchgehend jeden Abend halt sehr, das war saulaut und ich immer sehr laut geredet habe, da war ich schon fertig danach dann, aber es war, also es war mega geil, hat voll Bock gebracht, dann in diesen Bus einzusteigen und am nächsten Tag irgendwo anders aufzuwachen und dann so drumherum hinzugehen, oh in Hamburg, oh wir haben, in Hamburg haben wir was extrem Lustiges gemacht, das war völlig, also die zwei Highlights, die eigentlich passiert sind, das erste Highlight war, beide in Hamburg, das erste Highlight war, da war eine junge Frau aus der Schweiz und die junge Frau, mit der habe ich dann gesagt, also die war 28, also war eine Gruppe von vier Leuten und die hören irgendwie Podcasts und eine davon war auch Paris-mäßig angezogen, dann haben wir uns irgendwie unterhalten und am Ende habe ich gesagt, komm und jetzt spielen wir mal, jetzt würfeln wir mal eine Runde und dann hat die Schweizerin gesagt, ja, wie geht das und dann habe ich gesagt, hier guck, der Würfel, der hatte halt auf einer Seite Paris, auf der anderen Seite Siegfried Gin eingefräst und auf den anderen waren Zahlen, wenn die Zahlen kommen, musst du zahlen, wenn Paris kommt, zahle ich, wenn Siegfried kommt, zahlt Siegfried, so und dann habe ich ihr den Würfel so hingehalten, da war die vier oben drauf, dann hat sie ihn mit zwei Fingern in die Hand genommen und hat ihn auf den Theke so hingelegt und dann habe ich gesagt, ja, du musst jetzt würfeln, dann hat sie gesagt, ja, wie geht das? Ach nein. Dann habe ich gesagt, du musst mit dem, warte kurz, du hast noch nie gewürfelt? Nein, ich habe noch nie gewürfelt. Wie wird in der Schweiz nicht gewürfelt? Gibt es das, ist das, wie kann es sein, dass ein erwachsener Mensch in seinem Leben noch nie gewürfelt, also dass der den, ich musste ihr den Vorgang, dass das quasi mit einer Handbewegung der Würfel die Option hat, unterschiedlich zu fallen, musste ich ihr tatsächlich erklären und dann hat sie sehr, sehr gut nachgemacht und hat sehr, sehr gut gewürfelt sofort, aber die hat wirklich in ihrem ganzen Leben noch nie gewürfelt bis zu dem Moment. Ja, die macht jetzt nichts anderes mehr. Die denkt sich so, ich würfeln, das ist halt jeden Tag. Einmal. Was denkst du, wie ihr Gehirn explodiert, wenn sie jetzt erst Kniffel entdeckt und so? Ja, was passiert, was da alles noch gibt, von dem sie noch nichts weiß. Einfach sensationell. Und das Zweite, was wirklich, wirklich, wirklich schön war, war, dass die, ich bin mit Philipp Westermeyer, den du ja auch gut kennst, habe ich mich verabredet und habe gesagt, komm, wir gehen jetzt heute, ich habe irgendwie drei Stunden Zeit, weil tagsüber hat man dann auch mal nichts zu tun und wir hatten dann so Tageszimmer, habe ich auch neu gelernt. Da sind wir morgens, also wir hatten ein Tageszimmer, damit wir duschen können und das habe ich schon mal gehört, es gab mal eine Praktikantin bei uns im Studio PR und die hat, die kommt aus royalem Haus, würde ich sagen. Also sie hatte eine sehr, sehr reiche Großmutter und mit dieser Großmutter ist sie samstags immer einkaufen gegangen. Und die Großmutter kam aber vom Landsitz, die hatte, die hatte, glaube ich, also in meiner Vorstellung hatte sie mindestens ein Wasserschloss, irgendwo zwischen Kiel und Flensburg oder so und da kam sie in die Stadt rein und die hat sich im Hotel vier Jahreszeiten dann immer für den Shopping-Trip mit ihrer Enkelin, hat sie sich immer ein Tageszimmer gemietet, um zwischendrin halt so eine Base zu haben, dass man da die Tüten hinbringen kann, sich auch mal kurz ausruhen, vielleicht ein bisschen Fernie gucken, ich weiß nicht, was man da so tut, aber dann ist das da. Und das hatten wir jetzt eben auch wieder und da habe ich gesagt, das ist ja voll geil, dass du quasi, du kommst, wir kommen dann halt morgens um neun da an, dann kann man da duschen, dann kann auch Simon, weil er bis sechs Uhr morgens geschnitten hat, sich mal hinlegen und drei, vier Stunden schlafen und habe das dann mal, und um 15 Uhr gibst oder um 18 Uhr gibst du den Schlüssel halt ab und alles gut, um 20 Uhr. Die Zimmer sind aber doppelt so teuer wie normale Zimmer, weil die sie ja zwei Nächte lang nicht vermieten können. Das ist ein teurer Spaß, den es da gibt. Also auf jeden Fall habe ich mich mit Philipp Wester mal getroffen. Wie immer war sofort jemand dabei, der ein Produkt herstellt, was in Joghurt, in Skirr-Joghurt eingerührt wird und dann schmeckt es mega geil, muss man fairerweise zusagen. Also Skirr schmeckt ja jetzt nicht so mega geil alleine und mit diesem Produkt, was anscheinend sehr zuckerarm ist, schmeckt es sehr, sehr gut, hat in der Vorstellung schon, dass er 800 Milliarden Euro Umsatz damit macht und also es war sofort so, okay Philipp, also Philipp ist ja sehr zahlengetrieben, der will dann immer nicht so, okay, ja, schön, dass wir mit dem haben wir so unterhalten, der war aber sehr, sehr nett, also das war ein netter junger Mann und danach sind wir dann ins Spa gegangen. Wir sind dann in ein Bad gegangen, in ein Sohle-Bad, in der Kaifu in Hamburg. Und das war, das ist so eine wunderschöne Halle und das sieht so ein bisschen aus wie so eine Kirche und am Ende dieses, das ist so ein Sohle-Salz-Becken und da trieben wir dann so durch die Gegend und haben über Gott und die Welt uns unterhalten und hinten ist eine Sauna, eine Dampfsauna, ein Saunabad, was quasi so ein Tageslicht hat und dann geht man da so rein und es ist wirklich wie eine Kirche eigentlich und dann sieht man nur die Füße von der anderen Seite, man sieht aber nicht den Gegenüber, wer einem Gegenüber sitzt in dieser Dampfsauna, weißt du, weil das Licht geht in diesen Dampf so rein, dass du keine Chance hast, irgendwen zu sehen. Wie immer, wenn mir ein bisschen langweilig ist, habe ich angefangen, mein Gegenüber zuzuschwallen und habe halt so gesagt, na, also ich glaube, es ging los mit, ich sage, grüß Gott beim Reinkommen und dann sagt er, ja, wenn du ihn findest und dann sage ich, oh, ein Witzbold und dann haben wir so geredet und dann habe ich gefragt, was macht ihr denn so und dann haben die sofort gesagt, ja, und wir sind hier in der Logistik und wir machen, der andere hat Brandschutz gemacht und ich sage, und ihr seid hier immer zu zweit, oder was, ja, wir machen das gerade so und dann haben wir halt aus ihrem Leben erzählt, ich finde das ja wirklich interessant, also das mache ich auch im Zug oder im Flug oder was auch immer, dann finde ich das total interessant. Das habe ich auch schon oft miterlebt. Ja. Du bist der beste Fragensteller, ich denke immer so, ich, 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 so viele Fragen würden mir gar nicht einfallen, auch wenn ich es gerne wollen würde, also ich finde das schon ganz geil. Also ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass du jetzt, dass das Gegenüber in diesem Dampfwart jetzt hier Philipp Plein wieder auftaucht, aber wohl doch nicht. Ja, das wäre geil. Ich dachte, das kundet jetzt die Geschichte. Philipp Plein, ich glaube, der geht nicht. Aber auf jeden Fall nach sechs Minuten sagt der Gegenüber dann so, ja, und was ich eh schon immer mal sagen wollte, so, ich habe deinen Podcast relativ viel gehört mit Joko zusammen, aber du gingst mir so auf den Sack, dass ich dann aufgehört habe, wer für ein R zu hören, so aus dem Nichts raus. Und ich so, hä? Ah, danke. Danke. Danke dafür. Und, äh, okay. Dann ist das also so. Und dann hat er, dann hat er sowohl Philipp als auch mich an der Stimme erkannt. Und ich dachte mir, es muss schon absurd sein, dass so eine bekannte Podcast-Stimme, also auch an den, an den Barabenden war das schon immer so, dass eigentlich jeder auch gesagt hat, es ist schon krass, ich bin deine Stimme gewohnt. Aber jetzt sehe ich dich zum ersten Mal so richtig vor mir. Vielleicht haben sie dich an den Füßen erkannt. So, und dann haben wir daraus, also es hat total Spaß gemacht und dann, dann haben Philipp und ich uns überlegt, wir sind ja wie so eine Art Pfarrer. Und das ist der Beichtstuhl jetzt hier. Wir sitzen da jetzt drin und dann bleiben wir doch einfach mal sitzen auf der einen Seite und wer da jetzt, also die sind halt irgendwann raus und dann kamen die Nächsten rein. Der Nächste war ein Musiker, der Straßenmusiker war und dann irgendwann in St. Pauli geendet ist und da Sweet Home Alabama spielt und dann hat er ein Praktikum im Label gemacht, das hat ihm nicht gefallen. Jetzt ist er bei Ecom, gefällt ihm auch nicht. Und da haben wir so ein bisschen Live-Advice, so wie halt ein Pfarrer gibt ja auch Live-Advice auf eine Art. Und dann haben wir da dann halt so gegeben und das hat sehr großen Spaß gemacht. Bis dann, und das war wirklich krass, weil da waren auch immer, also wir waren ja nicht allein drin, da waren auch immer drei, vier andere externe Zuhörer, würde man sagen, die so rechts und links saßen und die haben sich das Spektakel da immer reingehört und haben sich gefragt, was ist jetzt los? Und der Letzte, der dann reinkam, wir haben das bestimmt mit fünf, sechs Leuten gemacht, der hat dann so, ich so, ja und wo kommst du jetzt her? Ja, ich komme irgendwo aus der Nähe von Pinneberg, glaube ich, ich weiß nicht mehr, so ganz Elmshorn oder sowas. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, und was machst du beruflich? Und dann so, ja, im Moment nichts, ich bin gerade aus dem Knast rausgekommen. Und wir so, okay, warum das? Und dann hat er ganz, ganz offen über seinen verschiedenen, seinen Struggle mit sowohl Gefängnis als auch Drogen geredet. Und gleichzeitig aber auch eine, also der hat eine Frau kennengelernt, dann dabei, während, also er hat ein YouTube-Format wohl mitgemacht. Es gibt sehr viele YouTube-Formate mit ehemaligen Knastleuten, die im Gefängnis waren. Und diese, da hat er mitgemacht, darüber hat er jemanden kennengelernt, für den er jetzt sein Leben umkrempelt, für seine Mutter auch, weil er sich um die kümmert auch gleichzeitig. Und der wirkte so total so, der ist glaser und der wirkt so, ich schreibe mit dem seitdem. Und ich finde, also was für den natürlich total krass ist, dass der keine Chance hat, mit diesem Lebenslauf irgendwo eine normale Stelle zu finden. Ja. Gleichzeitig würde ich den, aber so wäre der ein Eis längen, würde ich dir sagen, nimm den sofort, weißt du? Also so, und Philipp war halt auch so für OMR, hat er auch überlegt, so ey, vielleicht nehme ich den da oder Olaf bei Play, weil der kann hundertprozentig was und der war, also so weit kann mich mein Bauchgefühl da nicht täuschen, der ist am Start. Also weißt du, der hatte Hustle, der war garantiert, der hat auch ein paar dumme Entscheidungen gemacht, aber der ist am Start. Also so, der ist jemand, dem eine Chance geben werden sollte und jetzt überlege ich die ganze Zeit, wo man da irgendwie was, also ich habe auch schon ein, zwei Optionen, also wenn du vielleicht auch nochmal jemanden brauchst, dein Eis links, ein bisschen weiter Anweg, weil ich glaube im Moment kann er von seiner Mutter nicht weg, weil er die pflegen muss, aber trotzdem fand ich es total abgefahren, wie, und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass du dein Gegenüber nicht gesehen hast, die Leute sich geöffnet haben, weil jeder, also Philipp und ich, wir waren fassungslos danach, dass das, also klar, ich bin da sehr offen und ich frage auch direkt und ich strahle vielleicht auch aus, dass man mir das erzählen kann, ich weiß es nicht, aber dass trotzdem in diesem, also die Dampfsauna, der Dampfsauna-Beichtstuhl der Kaifu-Lodge, der hat Zukunft. Also ich will da jetzt schon wieder eigentlich hin und will die nächsten Geschichten hören. Das ist auch voll dein Ding, das ist voll dein Ding. Weil das, das kriegst du aber auch so hin, also ich glaube, das hat nicht, das hat nicht nur was mit deinen Füßen zu tun, sondern das ist einfach deine Art, also was, was ich schon über Leute erfahren habe, nur weil ich neben dir dran gesessen bin, egal ob es in der S-Bahn war, im Bus oder auf einem Konzert, also du fragst dann oder auch über meine Mitarbeiter teilweise, wenn wir da im Auto sitzen und du und, und du stellst die privatesten Fragen der privaten Fragen wirklich und ich denke mir so, ja, jetzt kenne ich die auch besser und ich denke mir, ich würde mich das niemals trauen, aber das ist so krass. Also ich meine, das Trauen ist die eine Sache, die zweite Sache ist, dass die Leute es dir einfach erzählen und ich bin jedes Mal aufs Neue schockiert, dass die sich von Sekunde eins dir öffnen. Aber vielleicht ist deshalb auch dein Podcast so erfolgreich, weil die Leute, die einfach ultra gern was erzählen, du stellst immer die richtigen Fragen, wie ich finde und schöne Fragen, wo man einfach die Leute einfach ganz gut kennenlernt so und ja, deshalb hier, AWFNR, läuft's. Aber ich glaube also, ich glaube ja grundlegend, dass es hilft, wenn man über sowas redet. Also ist es nicht so, mir hilft, also ich rede ja auch aktiv über meine Konflikte, über meine Probleme, die verarbeite ich, indem ich telefoniere mit meinem Inner Circle. Genau, Inner Circle, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ja gut, aber also ich weiß ja schon auch eine Grenze, es gibt ja ein, zwei Sachen, die mir erzählt worden sind, die ich jetzt hier nicht vor einem Mikro erzählen würde. Also ich weiß ja schon auch, diverse Dinge für mich dann zu behalten. Klar. Ja, also ich glaube schon, dass es, dass es auch Sinn macht, über sowas zu reden, weil einem dann klar wird, macht man, macht man das so oder so. Weißt du, was ich auch gehört habe, dass im Lanzerhof war jemand 100 Tage, aber er hat dann was gegessen. Also er hat dann nicht 0,0 gemacht, aber 100 Tage eine Darmkur zu machen, das ist sehr lang, oder? Das ist richtig lang. Ich würde gerne wissen, wie da das Trinkgeld ist. Es geht dann schon ein bisschen in die Portokasse, glaube ich. Es ist ja eine Klinik. Also es ist eine sehr, sehr teure Sache. Wie lange warst du? Sieben Tage? Sieben Tage, ja. Wieder leisten kann ich es mir nächstes Jahr Dezember, wenn ich sehr gut arbeite nächstes Jahr. Also es ist wirklich sehr, sehr teuer. Sag mal, aber lohnt sich. Aber dein Zielgewicht? Bist du denn jetzt nach wie vor unter 100 oder ist das jetzt nach der Trinktour? Ich werde mich jetzt nicht jeden Tag messen, sondern wiegen. Ich war jetzt einmal am Ende der achttägigen Kur bei 98,4. Ich nehme das aber nicht als ich habe es geschafft war, sondern ich nehme das als das hatte ich so ein bisschen erwartet. Jetzt schauen wir mal, wo die Normalität wirklich ist. Weißt du, das ist ja auch allein, dass kein Wasser mehr in mir drin ist und also du dehydrierst ja dabei auch schon, obwohl ich sehr, sehr, sehr viel versucht habe zu trinken. Ich nehme jetzt für den Dezember vor, da habe ich auch noch mal ein bisschen ein Rennradtrainingslager jetzt demnächst und habe da vor, da jetzt noch mal clean zu essen und da noch mal drei Tage in Folge, habe ich vorhin glaube ich schon gesagt, dass ich drei Tage in Folge unter 100 Kilo am Morgen in meiner Waage bin, dann würde ich sagen, habe ich den Uhu geschafft. Aber, und das fand ich auch abgefahren, dass quasi mein Zielgewicht 95 sind und nicht irgendwie, also ich bin gar nicht mehr so weit weg, wenn ich allerdings grundlegend schon noch, ich habe schon noch eine Fettschürze am Bauch und die muss halt umgewandelt werden irgendwann zu Muskeln oder dieses ganze Laufthema beschäftigt mich ja sehr gerade. Ich habe jetzt einen Lauftrainer, ich war am Sonntag, bin ich durch einen Park gelaufen und musste die fünf Regeln Kopf, Blick, Arme, Kick-Ass, also Abstrung, jetzt habe ich den vierten vergessen, scheiße. Ah, Rhythmus. Also, ich habe jetzt fünf Regeln, auf die ich immer achten muss, während ich laufen gehe, also die Form des Laufens und dann natürlich auch einen Plan, wie ich es denn schaffe, am 18.03. die 42 Kilometer zu laufen und also da muss man sich ja vorbereiten und also ich habe jetzt, ich nehme es jetzt ernst. Ja, gucken wir mal, läufst du mit? Hast du dir überlegt, ob du da mit am Start gehst? Ja, du kennst die Antwort, oder? Also, wenn ich es acht Tage schaffe, nicht zu essen, dann würde ich mitlaufen. Das würdest du mit links schaffen. Wirklich, hunderttausendprozentig würdest du mit links einfach nur das sofort, morgen würdest du es schaffen. Ich esse so gerne. Ja, wir alle essen gerne, aber es ist ja, es hat ja was mit Willen und einfach zu sagen, ich tue das jetzt in meinem Körper gut und wenn du dann, also es ist jetzt nicht überlebens, also vielleicht für dich ist es ja vielleicht auch nochmal härter. Ich kann ja nicht, ich greife ja dann schon auf Fettreserven zu, die ich ja habe. Dementsprechend ist es glaube ich nicht so und ich habe dieses Mal, was viel schlimmer ist, ist Kaffee und Zucker und das habe ich schon früher aufgehört, also schon reduziert, weil das ist ja richtiger Entzug dann. Also da kriegst du ja Kopfschmerzen und Schwindel und also das ist ja wirklich hart und das hatte ich eh schon relativ runtergeschraubt und habe da überhaupt gar kein Problem mit gehabt. Aber das ging schon. Verrückt. Sag mal, du musst langsam aufstehen, oder? Wie viel Uhr ist jetzt? 6.45 Uhr bei euch? Jetzt ist, genau, 6.45 Uhr. Jetzt sind gleich die Kinder. Dann machen die Kids auf? In so 15 Minuten und dann mache ich die fertig. Ja, und dann bringe ich sie in den Kindergarten. Es tut mir leid, dass du, dass du heute um 5.35 Uhr aufstehen musst, ist für mich. Das ist alles für dich. Aber danke sehr. Alles gut. Das ist sehr nett. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Was steht sonst noch heute an? Was machst du? Ja, heute ist Nikolaus. Heute, äh, jetzt leuchten die Kinderaugen. Die Stiefel sind gefüllt. Sind die schon gefüllt? Hast du die davor gefüllt? Ja, klar. Ich war auch gestern hier abends am Start und habe den Weihnachtsbaum geschmückt. Die Stiefel gefüllt mit Süßigkeiten. Stehen die draußen auf der, auf der Straße, oder? Nein, das wäre zu kalt. Nein, die stehen einfach im Flur. Die sind schön gefüllt. Das sieht ganz süß aus. Ich glaube, die freuen sich gleich, wenn sie aufstehen. Mit Mandarinen? Ja, ganz klassisch. Mit der Mandarinen? Ja. 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 Wirklich. Und Nüsse, ne? Geil. Schöne Walnuss. Mit einem Nussknacker-Kick. Eine schöne Walnuss, die danach einfach niemand isst, so. Ist doch so. Wer isst diese Walnüsse da aus diesen Stiefeln? Na gut, aber vielleicht mache ich das ja. Na gut, dann putz mal Zähne und freue dich auf die leuchtenden Kinderaugen, die gleich da runterkommen. Vielen, vielen Dank, dass du ans Telefon gegangen bist und frohe Weihnachten, liebe Caro. Wir hören uns vielleicht nochmal, sehen uns aber nicht mehr, aber nicht mehr hier mit Aufnahme. Ja. Und eine besinnliche Zeit und sei stolz auf das, was du dieses Jahr geschafft hast. Schon crazy. Dankeschön. Für die Zeit ist das ja auch sowas, wo man mal reflektieren kann, was alles geil passiert ist. Ja. Vielen, vielen Dank. Da habe ich dir auch ganz viel zu verdanken. Das weißt du. Psst. Jetzt halt die Klappe. Du bist stolz auf das, was du gemacht hast. Also, frohe Weihnachten. Also, Paule. Tschüss. Frohe Weihnachten. Tschüss. AWFNR, der Paul-Ripke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat zwei, drei Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt es bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche dienstags neu in deinem Podcast-Player.